und damit herzlich willkommen zu Let's Play Commander Keen ja das ist eines der ersten Games was ich hier gespielt habe es ist der vierte Teil den habe ich gerade aus dem Grund ausgewählt weil es genau der ist den ich gespielt hat es ist aus dem jahren 1991 von der Firma oder die Entwickler ID Software für welche die nicht kennen das sind die die auch Doom und Rage gemacht haben und es handelt von dem achtjährigen Genie Billy Blaze der eine mega Rakete selbst zusammengebaut hat die werdet ihr auch gleich noch zu sich zu Gesicht bekommen ja es ist ein kleines Let's Play das wollte ich einfach mal mit euch eine Runde zocken und bin sehr gespannt wie es den Zuschauern gefällt und beginnt nämlich easy weil es ist zwar ein altes Spiel aber die späteren Levels auch hier gehen wir mal hin die Steuerung ist noch die normalen Pfeiltasten mit Steuerung springt man mit dem mit der Leertaste schießt man diesen Gehirn Schocker Gehirn Betäuber oder so den auch eher zusammengebastelt hat oder so ist halt ein Genie der achtjährige und mit alt und mit diesen Pogo-Dings da wo es da mit dem man kommt kann man halt höher springen wir gehen aber auch einmal zurück und würde ich sagen betreten wir das erste Level ich hoffe dass man mich einigermaßen gut versteht so aber ist echt geil für die damalige Zeit das Spiel ist jetzt 22 Jahre alt wenn euch das Projekt gefällt oder vielleicht andere dazukommen denen das Projekt gefällt würde ich auch gerne mit euch stehen hätte ich richtig Bock mit euch noch den ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften ach ja der vierte ist und den fünften Teil zu ähm LP'n ich freu mich voll oh hier die muss man immer erschießen weil wenn man dies nicht tut hinterlassen die Flecken und die sind giftig wenn man da reintritt ist man tot das ist auch ein wichtiger Tipp von mir immer regelmäßig speichern und hier ist auch ein Giftbecken das sollte man immer vorher speichern ich will eben mal den Sound eventuell runter machen Sounds no sound effects quite music ähm save game jetzt nehmen wir einfach mal LP saving LP gut dann haben wir jetzt auch gespeichert dann return to game hoch ach da bist du ich dachte schon, na wo ist er denn, der bin hier oh das war knapp also wir haben es geschafft und die hier an die kommen wir jetzt auch noch ran obwohl die hier jetzt nicht unbedingt wichtig sind muss man eigentlich dazu sagen aber wenn man es schafft dann nimmt man sie doch gerne und ein paar so oh kacken ist try again da landen wir jetzt zwar am alten Level also am Anfang des Levels aber wir haben ja gespeichert deswegen mal speichern ach genau die Tast sind press y y ist es nämlich nicht das ist immer noch so eine beliebte Sache äh mit Z ging das jetzt ich glaube wir sollten bevor das Chaos und erwischt lieber nicht mehr T-Bonnys so übertrieben sammeln also wenn da Giftbecken sind das ist saugefährlich ich kann mich noch an dieses besonders an dieses Level sehr erinnern das Spiel ist wirklich sehr mit zahlreichen Levels da kommt noch sehr viel dazu gut wir haben hier haben wir jetzt nichts kurz verpasst gehen wir doch mal gleich raus so jetzt sind wir nämlich hier jetzt können wir hier das Level nehmen oder wir können auch schon hier Levels nehmen obwohl das wirklich hart ist hier sind ist noch eine Bohrinsel und alles mögliche aber er kann nicht schwimmen und wie man das kann das werde ich ja auch noch sehen auf jeden Fall kann man dazu sagen man braucht halt einen Taucheranzug und den findet man an einem Level ich glaube ich weiß auch noch welches aber ich will nicht zu viel verraten hier speichere ich gleich mal wieder auf LP save game Z ist Y und ich habe gerade auf Z getippt und Y kam bei raus ist halt so aber ist ja nicht schlimm so gut ja hier können wir ruhig ein bisschen Boni sammeln und weiter geht's ey komm stopp Hokus pokus das ist auch ein Spiel was ich gespielt habe das hätte ich auch gerne Let's Play nur das ist auf Windows 7 wirklich nicht leicht zum Lauf zu bringen weil hier nicht ein Geheimgang dachte ich es mir doch ich speichere mal eben ab weil diese Geheimgänge sind manchmal ähm leicht zu betreten aber schwer wieder rauszukommen und deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig aber die Geheimgänge sind wirklich oft äh nützlich also da findet man oft gute Dinge zum Beispiel hier gleich drei Pistolen jetzt haben wir von 20 auf 44 haben wir gleich unsere Pistolenanzahl verdoppelt noch ein paar gequetscht dazu und daran sieht man es lohnt sich wirklich aber speichern ist eigentlich das ein und alles speichern müssen muss hier und da sind wir nämlich ich habe ihn doch gerade hier gesehen und dann ist das auch geil wir haben es geschafft das war mehr Glück als können denn ich habe hier einfach fleißig umprobiert ich glaube die Musik machen wir mal aus nerven bissel weil ich will einiges zu dem Game sagen und das ist die schönen Töne sind ja noch da so gut gut ja hier die Cola Flaschen sammeln mal mal ja Rage ist eigentlich das neueste Game von der Firma ID Software von den Entwicklern ich persönlich habe es noch nie gespielt ich mag auch nicht solche nicht unbedingt solche Alien-Geballer-Spiele hier können wir den Schalter mit der Pfeiltaste nach oben betätigen ach ja wie schön das Problem ist wir haben zu spät gespeichert und Prozent jetzt müssen wir noch mal hier unsere Liebe Dings der Wunsch da muss man jetzt noch mal betreten aber vielleicht kommen wir diesmal wieder so gut raus das würde mich wirklich sehr freuen ich hoffe das ist eine Aufnahme alles flüssig läuft weil ich denke mal wie man weiß die alten Spiele aufzunehmen zickt manchmal rum aber das Spiel kann man auf der Seite kostenlos runterladen in so einer Shareware Version das ist so eine Demo halt für die so und ähm da hat man dann schon so einige Levels kommen genau zu sein genug aber irgendwo kann man das ganze Spiel sicherlich auch schon legal runterladen weil zu erwerben ist es kaum noch aber bei Steam gibt es das für 5 Euro für alle 5 Teile und ich habe bezahlt ich habe nicht irgendwie auf der Seite runtergeladen das Spiel weil das ist eine kleine Firma unbekannt relativ unbekannt äh das Spiel ist ein Teil meiner Kindheit sozusagen als ich klein war und ähm ich finde es einfach nur behämmert an meiner Stelle dafür kein Geld auszugeben 5 Euro ganz ehrlich ein Teil für ein Teil oh Gott wir werden auf sie gespeichert haben für ein Teil 1 Euro praktisch hoffentlich kommen wir hier noch hoch ähm wusste ich das ist nämlich ziemlich scheiße jetzt das ist richtig scheiße jetzt aber was wir machen können ist verschwinden oh ne jetzt macht die da bestimmt wieder ein Klecks hin weil sie gehen auf Dauer weg aber auch dafür müssen wir halt erstmal warten was so halt dich fest Commander ja 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 hoch 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 so die Wassertropfen holen wir uns aber erstmal will ich diese blöde Schnecke beseitigen hey oh hat gerade diese Beine an Klecksen gemacht aber wir haben sie gerade noch davon abgehalten 40 Schuss haben wir noch na gut das ist so so und hier weiß ich jetzt nicht was uns das bringt hier ob uns das wirklich viel bringt das hier zu machen oder ob das eher Risiko ist für nur ein paar Punkte aber wir haben gespeichert und versuchen das einfach mal ich bin da gerade etwas unsicherer speichere ich lieber noch einmal zur Sicherheit so zack ah gut perfekt oh hier noch ein Donut hm äh ich hoffe dass es mit der Unterbrechung gerade geklappt hat also dass ich auf Pause gedrückt habe weil das ist äh das verfolgt mich schon immer die Alltaste ist direkt neben der Windows Taste mit der man das ganze wunderbar abbrechen kann und dann kommt es halt hin und wieder wo das man rausfliegt aber ich habe mir überlegt wir lassen das mit den Bonis die 10 Schüsse kriegt man auch so noch irgendwo rausgequetscht ähm perfekt die geht noch so noch irgendwo rausgequetscht und dieses Risiko weil die jetzt nicht nochmal eingehen obwohl es jetzt eigentlich auch nicht so schwer war aber das ist auch ein scheißviech aber ich kann euch sagen Leute das Spiel ist deutlich schwerer als es aussieht wenn man es von Anfang an spielt und noch nie gibt es ich meine ich habe das jetzt was weiß ich 10 Jahre nicht gespielt oder so diesen Pogo nehmen wir jetzt auch weil da oben habt ihr gerade gesehen diese Mücke hat uns kaputt gemacht das soll einmalig bleiben dass die uns kaputt macht jetzt kriegt man die nicht so gut hin wie wir es vorhin geschafft haben oh man perfekt reingelaufen manometer ich hoffe dass mit dem Sound dann alles gut klappt zack die Aufnahme Session ist jetzt nicht so gut bis jetzt öfters mal gestorben aber wie gesagt es ist auch nicht so leicht da ist die scheiß Mücke wenn sie landet muss man kurz mit dem Pogo ich nenne es einfach Pogo ich vergesse den Namen muss man einfach schnell darauf springen und ist sie nämlich weg aber das ist eben nicht so leicht weil wenn man das nicht weiß dann läuft man da so aus dem Hinterhalt kommt dieses Miststück dann angeflogen und das ist natürlich nicht so schön da kannst du ja nichts machen so schön wie 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 geil voran wir kommen hier uah das ist schwer das Level das ist schwer aber wir gehen immer safe game safe in das ganze nochmal und ja gehen ins nächste Level und hoffen dass uns das genau so gut gelingt wie die ersten beiden wollen wir es mal optimistisch sehen so das wird schon langsam aber später kommen noch solche Pyramiden für die die das Spiel kennen da kommen ja noch die Pyramiden und da wird es für mich erst richtig krass richtig krass alter das ist richtig schwer so dieses blaue Ding ich glaube das können wir weder erschießen noch zerspringen da muss man einfach aber es bewegt sich auch nicht es springt halt nur muss man halt nur auf den richtigen Moment warten und dann passt das was ich glaube hier kommen wir noch nicht rein ah hier sind wir empor mit dem gleichzeitig gesprungen eine nette Hüpfpartie mein Freund oh war das knapp Wird der jetzt noch hoch gesprungen dann wären wir weg aber sowas von weg und ähm die Spiele sind zwar alle also der erste Teil ist jetzt vielleicht wurde vielleicht zwei Jahre höchstens früher produziert aber wenn man sich den ansieht ist das schon noch ein mächtiger Grafikunterschied wenn man genau ihn sieht das ist schon auffällig so hier ist wieder Mucke äh Quatsch äh Pistole meine ich natürlich ach das Level ist äh schon anspruchsvoller sagt man mal so wenn ich das schwer nenne dann sind die äh Pyramiden unlösbar deswegen halte ich mich ein bisschen zurück weil das Level zum Beispiel kann ich kann ich persönlich mich kaum noch erinnern aber ein bisschen kann ich mich an jedes Level erinnern also da gibt es glaube ich keins das ist auch gut so kommt Keen Bro und ähm bei YouTube immer wieder habe ich gesehen dass irgendwelche Leute das Spiel kennen dachte ich ach let's play ich es doch mal vielleicht freut sich ja der eine oder andere und ich war wirklich sau froh als ich das bei Steam gesehen habe aber ich habe besucht gestaunt es ist mit einst mit der ältesten Spieler aber dies sind die ehren die Entwickler haben sich gehalten die gibt es noch die machen auch noch was und ja dann haben sie das halt eben auch noch verkauft und verdient damit auch noch ein bisschen Mani das war ja auch hinterhältig das war richtig hinterlistig das war so hinterlistig oh ne eigentlich haben wir gespeichert wohin haben wir einmal das Level weitergemacht oh ich bin so ein Depp ne oh ne jetzt habe ich auf speichern geklickt ne das ist eben alles nicht so schön jetzt habe ich nur noch zwei Leben und müssen alles nochmal von vorne machen ich bin saugespannt auch wie viel dieses Video verbrauchen wird weil es hat es hat schwarze Streifen ja jetzt laden wir mal es hat jetzt schwarze Streifen und die Grafik von dem Spiel ist auch nicht sonderlich berauschend es ist wenig Action so von den von den Grafik Explosion her dafür brauchen die sind die Dateien ja immer größer die Grafik ist jetzt nicht die beste untertrieben gesagt aber wir wollen ja fair bleiben nichtsdestotrotz ist es ein nettes Spiel ähm es müsste ja eigentlich relativ klein sein was mich auch was auch dazu beitragen würde dass öfters skin kommen würde weil so mein Projekt wo die Dateien einigermaßen gerendert klein sind wäre schon was schönes ich überlege jetzt wie ich weiter vorangehe ich glaube ich ja genau so ganz langsam nach oben wir sollten aber echt angewöhnt vorhin habe ich ja auch gesagt speichern 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 das ist eine Sache von noch nicht mal 10 Sekunden aber wenn man es eben nicht macht dann kommt halt scheiße bei raus und ach Menno man merkt schon es ist nicht so einfach jetzt wir haben genug Pistolen obwohl ich die echt gern hätte aber die können wir vielleicht nachträglich noch holen oder so und wir haben uns dann gemacht fast hätten wir es und wünscht M객l ja dieser erste Part wird wahrscheinlich länger gehen den lade ich dann noch bald hoch und dann schaue ich mal was die Zuschauer die Luca sagen und dann werde ich spontan entscheiden also ein paar Parts kommt sicherlich noch aber ob ich es durchspiele weiß ich noch nicht weil die da die Hauptfrage ob ich es durchspiele oder nicht ist ob ich überhaupt so weit komme oder ob ich dann irgendwann für ein Level 100 mal nachladen muss also neu laden weil ich ständig gestorben bin ich weiß gar nicht wo es hier raus geht ich glaube wir müssen hier irgendeinen Schalter betätigen und ist da unten bei dem blauen Ding ach da war noch was aber ich dann irgendwann vielleicht ständig nachladen muss und über partout nicht mehr weiterkommen weil das würde dann weder noch Spaß machen noch hätte ich Lust noch Zeit ähm 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 ach kacke genau hier geht es noch rechts weiter dann müssen wir jetzt doch da nach rechts wo dieser blaue Blödmann ist ich glaube das können wir auch packen hier sind wir schon mal nach oben schauen erst mal schauen wir ob wir hier hinkommen ja das sieht schon mal gut aus hier speichere ich lieber noch mal so hoch ach kacke ach so war das da muss man die ganze Zeit springen oder einmal drauf und gleich weiter springen ja so geht doch gut das bis hier oben haben wir es gut hinbekommen wir müssen dieses Tor irgendwie aufbekommen die Frage ist halt nur wie gehen wir mal zurück natürlich gut 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 perfekt in das blaue Ding ne knapp daneben ist auch vorbei aber diesmal ist knapp daneben auch vorbei in einem guten Fall in einem guten Zusammenhang kommen komproduct komproduct doch den Pogo soweit ich weiß mal schauen wie es jetzt aussieht perfekt hier brauchen wir den Pogo aha hier geht es also weiter sieht hier schon mal einigermaßen gut aus also sieht Fortschritt mäßig aus sagen so können ich speichere da mal lieber bei den blauen Dinger die kommen so hinterlistig das ist unglaublich die regen mich so richtig auf geht es hier oben doch noch irgendwie weiter wir haben gespeichert alles gut jetzt sind wir wahrscheinlich wieder ganz am Anfang ja genau wehe das mit dem Load Game funktioniert jetzt nicht es hat aber prima funktioniert dann wollen wir mal nicht meckern so kommen wir hier durch oh es darf nicht wahr sein so ein scheiß Viech sowas bringt mich einfach zu ausrastern ey so eine Kacke man ganz ruhig dieses Video wird ja schon etwas länger gehen können wir hier schon im Voraus durchschießen oh jetzt hat es diesen blöden Klecks gemacht ich sperr oh es wird jetzt relativ unnötig gewesen da jetzt Schiss zu haben alles gut es ist auch so eine Sache der Klecks der war kaum zu sehen wenn man nicht genau hinguckt kann einem das kann einem das passieren dass man nicht hinguckt und dann ist es soweit ne hier machen wir das jetzt lieber so so perfekt ja 73 Schuss sieht sehr gut aus safe in game return to game hier sind wir jetzt aber wartet mal wenn es da oben grün ist dann ist vielleicht jetzt auch das Tor da unten irgendwie grün geworden obwohl ich den Schalter den ich suche ob falls es da überhaupt einen gibt noch nicht gefunden habe also wir schauen jetzt einfach mal nach hier lang es ist blau blau bedeutet dass wir zwar noch nicht durch können aber schon ein Schritt dafür gemacht haben sprich ich denke mal dieses grüne Tor das heißt wir müssen noch mal so ein Tor finden und dadurch gehen das öffnen und dann öffnet sich auch diese Tür hier ich würde mich wirklich richtig freuen ach da ist ein Schalter wenn wir das noch mal schaffen würden in diesem Ort das war jetzt auch ärgerlich perfekt ich bin das war jetzt mal fahren wir hier nicht mehr schon mal oder nicht ich muss direkt mal überlegen direkt mal überlegen und auf speichern gehen aus ist so eine Sache ich nenne es wahrscheinlich trotzdem Let's Test oder Let's Play schon ja doch Let's Play nennen das mal ich will das in längeren Parts machen schon aus Prinzip weil es kein Projekt werden soll was mich irgendwie ewig aufhält wisst ihr was ich meine boah boah 89 aber immer noch nicht hm das blaue Ding kann uns jetzt nicht in die Quere kommen das war ok hier waren wir auch schon ich fürchte ja dass da wo wir schon vorhin waren wo wir diesen grünen Gang gefunden haben dass wir da noch irgendwas wichtiges übersehen haben ah Mist boah das war schon wieder knapp oder geht es hier noch irgendwie da weiter so so jetzt wie vorhin ich denke das ist hier da ist ja noch eine Plattform das war leider nichts aber wir versuchen mal hier das so zu machen hier waren wir aber auch schon ne hier waren wir schon jetzt ist nur die Frage wo das war war das hier dieser Gang ich glaube das war hier dieser Gang oder war das ein anderer wir gehen nochmal hier lang vielleicht sehen wir auf halber Strecke irgendwas interessantes ja es läuft manchmal ein bisschen schneller mal langsamer ist einfach nicht so leicht zum Lauf zu bekommen und dann auch noch aufzunehmen das ist es ist glaube ich habe das auf dem damals auf dem Betriebssystem Windows 96 gespielt scheiße wollen wir zuletzt gespeichert ich hoffe dass es nicht so lange weg ist das ist schon ein ordentliches Stückchen ne aber klaren Kopf behalten nicht aufregen und weiter geht's 73 Schüsse sind immer noch alles andere als genug äh Quatsch alles andere als zu wenig meine ich natürlich ich will aber irgendwie reizt es mich nur mal hier hin zu gehen und zwar jetzt zur andere Richtung zu nehmen das ist ein bisschen kacke jetzt aber so das zum Beispiel ist rot hier müsste man aber nochmal hin so dann müssen wir jetzt Planänderungen würde ich mal sagen und das wäre wir gehen nochmal hier hin noch ein drittes Mal diesmal hoffentlich gelingt es uns save game save game return game so so hat kommt so komm 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 mach keinen Ärger hier Junge Billy hepp aha hier ist dieses grüne das meine ich ein blaues und noch ein rotes das heißt wir müssen irgendwie wo was weiß obi einen Schalter betätigen ja schlecht werbung ich weiß es ist mehr rauskommt wenn ich wie und was wie wo und irgendwie so weh wie Fragen mir stelle dann kommt so was halt bei raus manchmal hier zum Beispiel oh interessant das ist aber Geld nützt nicht aber vielleicht ist dafür jetzt irgendwas anderes aufgegangen vielleicht ist blau oder so oder heute noch ein weiteres blaues wo wir nicht wissen was wir mit anfangen sollen und was fehlt auf jeden Fall hoffe ich dir erstmal es hat euch gefallen schreibt in die Kommentare was ihr von dem Projekt haltet und dann werde ich halt immer mal so lange Parts aufnehmen kommt immer drauf an was die Zuschauer da so sagen ob ich es weitermache oder nicht erst mal ist es nur so ein Test ja er hat auch so hat perfekt gepasst schreibt man in die Kommentare was ihr wie ich das Video gefallen hat und falls ihr das Spiel kennt dann schreibt es mir auch mal Ciao